Hallo zu FIFA 19 The Journey und ja, Hunter & Co und wir spielen mit Williams gegen, mit Leicester Sinti gegen die Bayern. Mal sehen, was das wird. Das ist der Sinti-Mail mit Tudey. Fege mit dem Anstoß. Erweiß, 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 Erweiß. Erweiß, 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 Erweiß. Oh, wow, 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 war das sehr, sehr gefährlich. Ich fahre doch noch nicht mehr im Abseits. Hm, gleich Höhe war das doch. Wir haben es noch nicht gut im Spiel. Ach, haben wir es. Neuer rettet hier. Und das war ein Foul. Nein, ein Abseits. Uff. Und Didi mit einer dicken Chance. Ja. 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 Und da praktisch als Verwirrungsstation agiert. Lewandowski am Ball. Aber kein Problem hier für Schmeichel. Und da war der Foul von Alaba. Ja, der fährt auf Foul. Sagt da Schiri aber nicht. Nichts. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Tiago Sehr schön Sehr schön Nee, das ist hier ein sehr zähes Spiel 0-0 Zur Halbzeit geht Bayern leicht überlegen Oh Oh Ja Sehr schön Nee, nee, nee Es wird hier Nichts nach vorne funktionieren Doch, Herr Kanzler Oh Aber Kein Problem für einen Michael Manuel Neuer Ja 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 Oh, oh, Christmann, auf James, auf Robben und... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, war ich mich glatt, dass die Auswächsung tot. so mühste Bälle und so wenige Bälle und so wenige Bälle und Wadden gewähmt im Spiel Ne, da war ein ganz schlechtes Spiel nur nur geblieben und so wenige Bälle 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 Geht's. Und wie läuft's bei dir? Ah, ich komm grad vom Training. Hab Hausaufgaben ohne Ende. Ach, Hausaufgaben. Scheiße. Ja. Ist alles okay? Was? Oh, ja, ja, ja. Klar doch. Ich wollte dich nur fragen, ob du was von deinem Bruder gehört hast. Oh, ja. Ich war neulich in Madrid. Also während der Ferien im März. Weißt du? Oh, Ferien. Cool. Hat's dir gefallen? Ähm, war komisch. Alex war komisch. Der ist jetzt ein Star. Er hat jetzt immer Leute um sich. Ständig hängen irgendwelche Typen an ihm dran. Geht mir auf die Nerven. Wow. Klingt wichtig. Schön für ihn. Echt'n Traumleben, oder? Vertrag bei Real. Die eigene Marke. Megastar. Kann man ihm nicht vorwerfen, oder? Ja, du hast recht. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, ja, ja. Klar doch, ja. Besser fragst du mich das ständig. Wollte nur wissen, was er macht. Wär ich doch wohl mal machen dürfen. Nein, sicher, sicher. Ich dachte nur... Also, weißt du, ich muss los. Ich hab heute noch sehr viel zu tun. Und, äh, mächt' ich was los hier. Komm gar nicht richtig zur Ruhe. Ziemlich nervig, diese Sache. Also, Hermel, danke, dass du angerufen hast. Also, ich werd' mich bei dir wieder melden, ja? Okay. 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 So, Anpassungen gibt es. Ach, Tattoos wieder. Und Schuhe. So, dann wollen wir mal hier nochmal lesen. Training. Weitschüsse. Auswärts gibt's nichts besseres als einen Distanzhammer, um die Kulisse zum Schweigen zu bringen. Okay, dann wollen wir das mal machen, ne? Ach, ne, dieses Bischüsse ist nicht drin. Ich mag dieses Training nicht da. Okay, wir fahren's ganz und gar nicht exzellent, aber okay. Okay, dann wollen wir das mal machen. Los geht's auf den Weg. No, 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 no! Geht's back! Come on there, guys. Move, move, move! Quick, quick, quick! Quick, quick, quick! Quick, quick! Hmm. Das geht besser. Wir gehen auf den Weg! Ich sehe rechts! Tja, 2, 3, 2, 3, 2, 1! Entfernen wir noch nicht vor. Sie zerfắng. Fussbar, fussbar! Das ist was ich, ich will zum Schluss, man! Das ist ein 4-1, Leute, das ist ein 4-1! Hm, was ist schon... ok das war es wünsche euch einen schönen nachmittag so dann wird wohl jetzt gegen bayern gespielt nochmal jetzt geht es um den sie bei bayern wie damit 1, 2, 1, 2, 3, 4 Lepa Rupery Da war ich Das muss man im Absatz Da war doch voll von Kimmich Da war kein nachlässiger Pass, da war sehr beschissen angenommen Robin Kräftig an und Rikado zur Ecke Hier fang ich auch mit Einen hier Kappe zu spielen Auch das in da Ja 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 Vorrang lang auf Grisband gebe ich dann auf. Ja, 1-0, Gesal, Gesal, Gesal. Das muss Bayern schon gewinnen. Nein, Nebandocht geht zum Ausgleich, aber im Moment sind die, das reicht in Bayern noch nicht. Hamas! Hamas! Vor von Lewandowski, ne, abseits von Lewandowski. Ah, das ist mal eine Schlagung. Das ist mal eine Schlagung. 1-1. Oh, der war ja kein ernstiger, zumindest ein Schuss, aber der wurde doch nicht ungefährlich. Ja, Williams! Halt den Ball da ins Eck. Das ist mal ein Schuss. Ja, Entschuldigung, wegen Telefon und so. Ribery wurde ausgewechselt. Das ist mal eine Schlagung. Das ist mal eine Schlagung. ein Schuss. Das ist mal eine Schlagung. Das ist mal eine Schlagung. Ach, das ist mal ein Schuss. Das ist mal eine Schlagung. der Karte für Williams bei den da bei Airboard Tank noch einen mitbekommen nein nicht sondern einen Gegner den Ball weggehauen hat Juretzka für Thiago und ja Doppelwechsel bei Mista oh oh Lewandowski Ausgleich wieder wieder Ausgleich durch Kuretzka der Karte eingewechselt wurde ah das ist so eine und es so wie wie ist so so es so der Heizempfang schmeichelt oh 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 waai Ecke, nein, keine Ecke, die Bayern wechseln nochmals, Evans, Knapp daneben, ganz knapp am Festchen vorbei, ganz knapp für Bayern, die Bayern sind raus, Leicester City durch das 2 und 2 weiter, die Leistungen haben geschafft, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. so und wenn ich jetzt die letzten sachen hier gucke tricot neue schon mal wieder hmm so und wir wechseln dann mal rüber Alex Hunter Aber da wird nicht mal heute weiter gemacht, sondern das nächste Mal mit Spielen gegen Juventus. So bis dann, tschüss.